Aus einer kleinen Idee ist eine große Tradition entstanden. Bereits zum 18. Mal trafen sich die ehemaligen des Hubschrauber-Transportgeschwaders 64, um die Erinnerungen an die Hubschrauberfliegerei aufrecht zu erhalten. Über 100 Teilnehmer kamen in die Gaststätte Rönnau in Aalhorn zusammen, um über alte Zeiten zu plaudern und aktuelle Themen auszutauschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017